Lass Abo da und Appetit-Kloppeln wieder zu live und Herzlich Willkommen in Royce. So, ich will dir mal was sagen, das geht nicht. Was du erzählst, äh, Familie Royce und Tochter, äh, bist du wahnsinnig? Und ich sage dir so, das steht nicht. Familie Royce, äh, Tochter ist unsere Freundin und du musst endlich Papier. Aber nein, du machst immer selbe Teil, Alter, wieder und wieder und alle Leute lachen dich aus. Und noch. Und ich will jetzt dir sagen, wenn du mal fünf Minuten mal Barbara besser kennenlernst und mal klar werdst, was du halt abgibst, dein Papier. 2.000 Jahre später. Und besser, verstehst, äh, dass Barbara nicht der Sohn ist. Aber nicht, äh, genau. Aber nein, du fangst immer die, äh, Windschieß. Und jetzt, man, äh, hat sie mehr Angst von euch. Und viele andere Leute auch. Papier, äh, äh, an alle YouTube-Typen hier. Und dass ihr mal klar werd, ihr, das steht nicht. Ich hab, äh, letztes Live-Video von mir, hab ich auch gesagt euch, äh, was ich denk. Und das will ich euch jetzt mitteilen. Lasst sich einfach in Ruhe. Wie kommt so bald, äh, früh. Und ich hab mir Vater auch gesagt, äh, last, last read. Und ich sag so, ich sag dir jetzt mal, guckt lieber mal das. No. Aber nein, du fangst immer immer. Barbara Reus, Barbara Reus, Barbara, I don't know. Die heißt Becky. Die dürfte so sagen, äh, genau. Aber ihr nicht. Das will ich euch sagen, äh, genau. Und Billy hat auch gesagt, letztes Woche, mit, äh, Bruder. Und der hat, äh, jetzt, äh, Handeut. Und jetzt will ich noch eins. Wenn du noch einen Scheiß machst, dann kriegst du weiter Probleme. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Applaus Applaus